Wasserstoff ist aktuell in den Medien sehr präsent. Doch was kann Wasserstoff zur Einhaltung der Klimaziele beitragen? Was ist grüner Wasserstoff und was passiert eigentlich in einer Brennstoffzelle? Dieses Video soll einen kurzen Einblick in diese Themen geben. Mein Name ist Alina Richter und ich bin bei der eMobil BW Teil des Teams Energie, das für alle Themen und Projekte rund um Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie zuständig ist. Wasserstoff hat das Potenzial, einer der wesentlichen Energieträger der Zukunft zu werden. Seine Energiedichte ist überzeugend. In Wasserstoff steckt etwa dreimal so viel Energie wie in Benzin. Doch zunächst, was ist grüner Wasserstoff? Bei der Elektrolyse, also der Aufspaltung von Wasser in die beiden Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff, wird Energie gebraucht. Kommt der Strom für diesen Prozess aus erneuerbaren Quellen, wie aus Wind- oder Solarenergieanlagen, spricht man von grünem Wasserstoff, da dieser CO2-neutral hergestellt wird. Neben grünem Wasserstoff gibt es beispielsweise auch braunen, grauen oder blauen Wasserstoff. Wasserstoff an sich ist farblos. Die Farben stehen nur symbolisch dafür, mit welchen Verfahren und welchen Ausgangsstoffen er hergestellt wurde. So entsteht brauner Wasserstoff als Nebenprodukt in der Industrie, beispielsweise bei der Herstellung von Chlor. Blauer Wasserstoff basiert wie grauer Wasserstoff auf Erdgas. Bei der Herstellung von blauem Wasserstoff gelangt das CO2 nicht in die Atmosphäre, sondern wird unterirdisch eingelagert. Wasserstoff kann in die Folgeprodukte Methanol, Ammoniak, synthetisches Methan und synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, weiterverarbeitet werden. Um zu verstehen, wieso grüner Wasserstoff bei der Erreichung der Klimaziele eine wichtige Rolle spielt, müssen wir zunächst betrachten, was bei seiner Verwendung passiert. Wasserstoff reagiert in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff aus der Luft, wodurch Strom erzeugt wird. Beim Einsatz von Wasserstoff entstehen keine lokalen CO2-Emissionen, sondern lediglich Wasserdampf. Durch den Einsatz von Wasserstoff als Energieträger wird die großflächige Nutzung erneuerbarer Energien erst möglich gemacht. Wasserstoff ist flexibel nutzbar, langfristig speicher- und transportierbar. Dadurch werden die fluktuierenden erneuerbaren Energien grundlastfähig. Daneben kann Wasserstoff in allen Sektoren als treibhausgasfreier Energielieferant genutzt werden. Vor allem in der Dekarbonisierung in Bereichen, für die ansonsten keine anderen geeigneten Technologiealternativen zur Verfügung stehen. Im Schwerlastverkehr, in der industriellen Energie- und Rohstoffnutzung sowie in Teilen des Wärmesektors. Auch das Fliegen kann durch den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen oder später auch mit Wasserstoff direkt klimaschonender werden. Wenn Fliegen mit synthetischen Kraftstoffen möglich ist, warum nicht auch im aktuellen Pkw-Bestand? Für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, E-Fuels, wird zunächst eine Elektrolyse durchgeführt, also Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Durch die Zugabe von CO2 entsteht aus Wasserstoff Methan. Aus diesem können durch weitere chemische Prozesse Kraftstoffe gewonnen werden. Durch den aufwändigen Herstellungsprozess und die geringe Verfügbarkeit sind E-Fuels aktuell vergleichsweise teuer. Wasserstoff hat also ein sehr breites Anwendungsspektrum. Doch wie groß wird der Bedarf an Wasserstoff sein? Und woher wird dieser kommen? Die nationale Wasserstoffstrategie sieht bereits für 2030 einen Bedarf an Wasserstoff in Deutschland von 90 bis 110 Terawattstunden. Der Bedarf an Wasserstoff wird in Zukunft größer sein als die Menge, die in Deutschland selbst erzeugt werden kann. Daher muss der überwiegende Teil des Wasserstoffs importiert werden. Die e-Mobil BW verfolgt einen marktgerechten Ansatz und treibt dabei die Implementierung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie voran. Baden-Württemberg strebt an, hierbei zum führenden Standort zu werden und als Technologieexporteur zu agieren. Die Plattform H2BW und der Cluster Brennstoffzelle BW leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Werden auch Sie Teil davon, denn Baden-Württemberg wird Wasserstoffland.